Der Schiedsrichter war schuld, der Torwart muss weg oder warum hat er den denn nicht reingemacht? Solche oder ähnliche Äußerungen hört man oft nach Heimspielen von Arminia Bielefeld. Meistens wird das Ganze dann in irgendwelchen Facebook-Foren veröffentlicht. Das soll sich nun ändern. Mein Name ist Florian Lemke und ich werde ab der kommenden Saison mit euch rund um Arminia Bielefeld diskutieren. Eure Meinung ist gefragt. Wir werden regelmäßig nach Heimspielen live auf Facebook senden. Ihr könnt entweder zu uns ins Studio kommen oder über Facebook mitdiskutieren. Einschalten lohnt sich. Fanpuls. Ab der kommenden Saison regelmäßig nach Heimspielen.